Mehr als 50.000 Tote hat das Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und in Syrien gefordert. Zahlreiche Hilfsorganisationen, auch aus Deutschland, machten sich daraufhin auf den Weg, um die Menschen vor Ort zu unterstützen und ihnen beizustehen, beispielsweise medizinische Hilfe zu leisten. Die Rede ist von 60.000 Helfern, unter ihnen auch eine junge Frau aus Tübingen. Teresa Schneck war für die Hilfsorganisation Humedica vor Ort. Für RTF1 berichtete sie von ihrem Einsatz. Teresa Schneck zeigt uns in ihrer Wohnung in Tübingen Fotos vom Einsatz in der Türkei. Zwei Wochen war sie dort, als Teil eines Teams, das in der Erdbebenregion medizinische Hilfe geleistet hat. Genauer gesagt in Pasadzik, einer mittelgroßen Stadt in der Provinz Karamanmarasch. Dort war relativ viel zerstört vom Erdbeben aus. Es war zwar nicht das Epizentrum, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, aber das Krankenhaus, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch funktionierte, war komplett zerstört, weshalb sie auf ein neues, aber eigentlich noch nicht fertiggestelltes Krankenhaus ausweichen mussten. Und so hat das Team von Humedica die medizinische Versorgung im Zeltlager von Pasadzik übernommen. Hier lebten diejenigen, die durch das Erdbeben ihre Wohnungen und Häuser verloren hatten, insgesamt 6000 Menschen. Das deutsche Humedica-Team besteht aus sieben Personen, drei Ärztinnen, ein Arzt, eine Pflegekraft und zwei Koordinatorinnen. Zu diesen gehörte Teresa Schneck. Gemeinsam mit der anderen Koordinatorin war sie für die Organisation des Einsatzes zuständig. Für die Camp-Bewohner war das Zelt von Humedica wie eine Hausarztpraxis der Anlaufpunkt bei allen möglichen medizinischen Problemen. Die unmittelbar vom Erdbeben Betroffenen wurden meist schon versorgt bis zu dem Zeitpunkt hin. Bei uns war es dann entweder die Nachsorge, also zum Beispiel auch Fäden ziehen von Wunden, die verletzt waren. Es waren sehr viele Atemwegsinfektionen aufgrund der klimatischen Verhältnisse dort. Es war sehr, sehr kalt. Und zu der Kälte kamen noch Nachbeben. Die Erde, so schien es, kam in dieser Region einfach nicht zur Ruhe. Es hat also eigentlich ständig die Erde gebebt. Teilweise schwächer, teilweise größer. Manchmal war man sich nicht so ganz sicher. Es gab einen Nachbeben der Stärke 6,4, bei dem wir auch evakuiert haben, also aus einem Gebäude raus sind. Das ist schon sehr beängstigend. Während der medizinischen Behandlung war viel Zeit zum Zuhören. Viele Patienten hatten ein Bedürfnis zu reden, wollten von ihren Schicksalen erzählen. Das Ausmaß ist so groß, dass ich das teilweise gar nicht greifen konnte, wenn Personen uns erzählt haben, dass sie 15 bis 20 Angehörige im Erdbeben verloren haben. Oder dass alles ihr Hab und Gut alles weg ist oder ihre Lebensgrundlage in Form von zum Beispiel einem Geschäft oder Ähnlichem komplett zerstört ist. Um das alles zu verarbeiten, gab es jeden Abend eine Teambesprechung. Nach zwei Wochen Einsatz ist Theresa Schneck jetzt wieder zurück in Deutschland, zurück in ihrem Alltag. Also natürlich habe ich jetzt viel erzählt. Es hilft auch, das Team zu haben, mit dem wir uns weiterhin austauschen können. Aber es ist natürlich schon schwierig. Ich finde es persönlich sehr schwierig, wieder in meinem Alltag anzukommen. Dann einfach ganz normal da weiterzumachen, wo ich vor den zwei Wochen aufgehört habe mit den Erfahrungen und dem Wissen, was ich jetzt habe. Aber trotz all der schrecklichen Dinge, die sie gesehen und gehört hat, es sei insgesamt eine positive Erfahrung gewesen. Und beim nächsten Einsatz ist Theresa Schneck wieder dabei, um zu helfen. тем, was ich jetzt wird von der Arbeit zu erreichen, um zu bitten, ob mit den aktuellen Stстрoten die sich gleich parties erinnere. Vielen Dank.